Okay, aber wir haben jetzt alles angezündet. Dann würde ich jetzt sagen... Naja, komm, machen wir die erstmal platt. Oh, hallo, ein Schild. Hehehe, guten Tag. Bam, bam, bam. Zack, 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 zack. Und... Noch jemand? Ist das da die Gruppenquest, oder? Nee. Hat gerade so rot geleuchtet, deswegen dachte ich, das wär's vielleicht. Wo ist das denn? Ach, kommt. Brot dir mich alle gleichzeitig. Bisschen lame, oder? Wo kann man sich denn hier Quests angucken? Weiß das jemand? Ich nicht. Nein, nein. Ich muss gerade mal eben ein bisschen durchdrücken. Ah, hier gibt's einen Job. Der interessiert uns aber nicht. Komm in den Neverwinter, hmm. Ah, das ist... Komm, was zum Schreiben. Eine Karte haben wir ja, ist das Ganze. Sie müssen, äh... Na ja, genau, okay. Oh, cool. Kann man geile Screenshots mitmachen. Also, das ist der Screenshot-Mode. Karte, äh, Kräfte, Profil bearbeiten. Also, irgendwie weiß ich nicht so ganz, wo man sich hier die Quests mal angucken kann. Ach, Moment. Wir können ja eigentlich mal kurz hier die Leiste gucken. Was haben wir hier? Charakterstatus. Hauptseite. Irgendwas. Äh, einkaufen. Dann mal... Questbuch. Ah, Questbuch. Abgeschlossen, abgeschlossen. Immer anzeigen. So, das hier hätte ich gerne einmal. Genau. Zeig mir den Weg. Zeig mir den... Weg. Nein? Warum nicht? Irgendwie gemein. So, dann schnacken wir mal kurz mit ihr. Danke für meine Wart. Sie sind nicht die Best... Äh, sie sind nicht im besten Zustand. Ich rede mal nochmal. Äh, Essen wird reichen. Aber es wird reich, würde ich sagen. Nun kann ich herausfinden, ob meine Schlamm-Zunagetier-Theorie stimmt oder nicht. Klingt lustig. So, Probeschlamm. Sammeln Sie neuen Probeschlamm für Hazel. Ja, machen wir. Ich wollte, äh... Was? Ich wollte noch retten, was ging. Aber am Ende werde ich, äh, neue Proben der verschiedenen... Schwarzsee-Schlamm-Arten benötigen. Eigentlich kein Problem. Würde es nun dagegen nicht so viele, äh, nicht so vore Rebellen wimmeln. Ich kann euch, äh, die Proben, äh, für die Probenbezahlung anbieten. Oh, dann, äh, her damit. Hast du irgendwas Schönes? Magische Wahn? Kann man hier vielleicht auch irgendwas zum Ver-, äh, zum Entzaubern? Verkaufen oder Zurückkaufen? Steht da an der Seite noch dran. Hm, nee, leider nicht. Na gut. Dann geben wir die andere Quests mal eben ab. Und ja. Dann gucken wir mal, äh, ach ja, der saß hier im Gebüsch. Hm, äh, ich bin fertig. Ich, gut, dann kann ich ja jetzt mit ihm reden. Gute Arbeit. Mit diesem Brief sollten die Todesratten ganze, äh, salventödliche Blicke auf den Nash-Abfeuern. Tödliche Blicke. Brrrr. Äh, der nächste Schritt wird es sein, sie mehr, äh, zu einem Blick zu animieren. Ja, ja, genau. So. Wir, äh, sind so gemein und böse. Töten Sie Nash-Anführer und hinterlassen Sie Beweise einer Todesrattenbeteiligung. Das heißt, wir zetteln hier jetzt gerade einen Krieg zwischen den beiden Fraktionen auch noch mit an. Oh, finde ich auch ganz nett gemacht. So, jetzt hätte ich aber gerne echt mal, äh, einen Weg dazu. Äh, da. Zeig mir den doch mal an. Oh, das ist ne... Naja, wir lassen das vielleicht auch mal weg, merke ich gerade. Ist immerhin für ne Fünfergruppe gedacht, das wird wohl eher nix. Fünfergruppe. Naja, ganz schön früh. Okay, aber wenigstens haben wir jetzt wieder hier unser Zeugs. Und, wo führt er uns hin? Achso, das ist hier der Schlamm. Alles klar. Dann einmal da rüber. Und dann mal gucken, kommen wir da eigentlich irgendwo durch? Durch die Häuser, hier kamen wir ja nicht. Aber hier geht's lang. Ja, super. Oh, gucku. Bamz. Ah, ich mag diesen Schirken. Der macht irgendwie Spaß zu spielen. Jetzt machen wir dem mal ein kurzes Blatt hier. Ja, wobei, wollte ich es nicht. Oh, ah. So, der ist weg. Jetzt sehen wir nochmal eben schnell aus. Und jetzt haue ich ihn um. Die werden stärker. Ganz eindeutig. So, dann fischen wir hier nochmal ein bisschen was aus dem tollen Brunnen raus. Und ich muss unbedingt einen Heiltrank nehmen oder eben ein Feuer sehen, finden, wie auch immer. Achso, hier vorne auch noch, oder? Ach nein, hier muss man den Beweis platzieren. Aha, aha. Was haben wir denn da jetzt hingelegt? Warte. Warte, warte. Ah, wir haben da ein Messer reingesteckt. Ja, dann. Würde ich sagen, weiter geht's. Nochmal einen Healpot schlucken, bevor wir hier gleich umgenietet werden. Äh, was müssen wir... Ach, da ist schon wieder Schlamm. Ich will hier nicht rein. Äh, äh. Ja. Ganz tolle Idee. Ich stehe einfach bis zum Hals im Schlamm. Und das macht man mal für so ein paar Kupfer. N.P. Würde ich sagen, N.P. Au. Ja, dann machen wir die anderen Quests mal. Bevor wir die jetzt abgeben, oder? Na, wobei, wir geben die mal lieber ab, bevor wir jetzt, äh, dann zweimal nach unten laufen. Und dann geht's noch eben einmal dahin. Ist ja jetzt nicht die Entfernung, ne? So, hier, äh. Fertig. Da hast du deinen Schlamm. Hervorragend! Mit diesen Proben kann ich endlich abstimmen, äh, bestimmen, ob Schlamm tierischer, pflanzlicher, mineralischer oder untoter Natur ist. Wie spannend. Ja. Ja. Schlamm. Schlamm. Vermos. Sehr vermos. Puh. Gut, äh, für den haben wir ja den Kram auch schon wieder fertig gemacht. Hallo, du da bist. Wunderbar, eure Arbeitsweise ist unauffällig und, äh, detailorientiert. Aber, äh, mehr verlange ich von allen Agenten nicht. Ja. 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 Gut. Das haben wir alles. Jetzt können wir, äh, das Hauptquartier überfallen. Also, dann mal los. Und, welche Stufe haben wir inzwischen? Neun. Äh, nein, acht. Neun. Scheiße. Ich dachte, wir haben schon neun. Na gut. Dann weiter durch den Schlamm. Batsch, 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 batsch. Hallo, Baum. Mit Schlamm. Äh, da lang. Okay. Ich folge dir, Fahrt. Glitzerfahrt. Was macht er da hin? Ich helfe mal. Den Giant. Und dann, äh, hier einmal auf den Holzbalken klicken. Aus der Sicht. Du stehst direkt davor. So. Rallade-Screen. Und das ist denn jetzt wahrscheinlich wieder ein instanziertes Gebiet, oder? Mhm. Ich würde sagen. Ah, da ist wieder ein Kamin. Dann regen wir mal eben die zwei verlorenen HP noch schnell hoch. So. Fertig. Und dann schnell zermühen wir uns hier mal ganz geschmeidig durch. Hallo. Spoiler. Dann ab Stufe 10 unsichtbar machen. Oh, darauf freue ich mich hier schon so richtig. Wird bestimmt richtig gemein. Äh, was ist das? Hupu. Ja, wissen. Oh. Vollstrecker. Böse, böse Leute. Hab ich gehört. Aua. Schießt da einer durch den Vorhang? Ja, tatsächlich. Stehen die dahinter und schießen? Tricky. Oh, die Kacke. Ah. Muddy. Alter, was kommt denn hier auf einmal alles? Oh. Moment. Ah, hier. Einen hab ich noch. Rumps. Schnauze halten. Ah, dann haben wir wieder eine Schriftrolle gefunden. Achso, das ist Geld. Äh, eine Rolle. Hm. Dann ja lieber mal die Rüstung hier, oder? Hat sich gelohnt. Was ist denn RK, bitte?